Hallo schöne Seele, du hörst hier so ein Beispiel, was du in meinem neuen Online-Selbstlernkurs lernen kannst. Unten in der Infobox findest du noch weitere Infos. Also, wenn du auf der Suche bist nach neuen Beats und Impulsen, dann mach mit. Du kannst diesen Kurs ganz bequem über dein Smartphone besuchen. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020